Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Video. Ich sage es bevor ich auch nur irgendwas sage, dies ist nicht mein offizielles 1000 Abos Special, um Gottes Willen, das hier wird ein richtig an sich von mir, die Tieraufwand langweiliges Video sein, denn... nichts, denn zu meinem 1000 Abos Special, da kommt das nächste Video oder das Übernichts 1 von beiden, da werde ich da genauer was zu sagen, aber... Dankeschön, Dankeschön, also wow, ich, ich kam gerade aus der Schule, das ist, äh, also, äh, ne, ich kam halt aus der Schule, hab dann halt bei YouTube gecheckt und, äh, wow, wow, also wow, ja, 1000 Abos, 1000, ne, doch, also, das geht hier raus, an jeden Einzelnen von euch, der sich sagte, nein, das, das, das hier geht raus an jeden Einzelnen, der sich ein Video von mir angeschaut hat und sich danach dachte, Leo, du bist cool, ich drücke jetzt auf den Abo-Button. Ihr, du, du bist so eine geile Sau, der das jetzt hier gerade anschaut und wenn er mein Abonnent ist, und wenn es, wenn es nicht mal ein Abonnent ist, Mann, du bist eine geile Sau, danke, danke, nein, ehrlich, also, richtig nice, 1000 Abos, weil, das hört sich jetzt, also, ich hab mir kein Skript geschrieben hierfür, ich hab das, ich rotz hier das quasi ein bisschen so ins Mikro, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, also, wie gesagt, das hier ist nicht mein 1000 Abos Special, da kommt noch was richtig geiles, ich hab klar, ich hab da schon so oft gesagt und, und, ich muss ein Let's Play anfangen, ich werde ein Let's Play anfangen, da kommt im nächsten Video noch was drauf zu, das Special wird geil, ja, also, wow, ich sag das jetzt mal hier eben, ich will mir ehrlich gesagt alles für das 1000 Abos Special aufsparen, aber, ich bin seit ca. 2009 auf YouTube, mach seit ca. 2010 so richtig frequently und ein bisschen ernst Videos und, jetzt sitze ich hier in meiner Wohnheimsbude mit scheiß Internet, habe einen Qualitätsstandard, den ich noch nie höher hatte und jetzt hab ich 1000 Abonnenten, 1000 Leute, die gesagt haben, Leo, das ist eigentlich ganz cool, was du da machst und, das war's dann jetzt auch für dieses Video, ich kann's nur sagen, das 1000 Abos Special, das wird lang, das wird hart, das wird wie ein, oh mein Gott, das wird, ich wollte grad einen tollen Vergleich sagen, aber ich hab ihn jetzt leider vergessen, tut mir leid, ich muss noch was essen, ich hab noch keinen Müll, also und so weiter, ne, also ich hab hier straight, ähm, hab halt geschaut, ob ich 1000 hab und ich hab 1000, das ist echt cool, also wie gesagt, ich mach das jetzt mit Absicht mit dem Du, Du, Gottverdammt, geile Sau, wenn du das hier schaust, danke, das, ein, ja, also ich hab, ich hab ja auch viele Leute abonniert und das ist selbstverständlich an sich nur ein Klick und absolut nichts besonderes, aber meine Fresse, dankeschön, meine Fresse, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, es tut mir leid, dankeschön, dankeschön, wirklich, dankeschön, ich wiederhole mich, wie gesagt, Leute, in den nächsten Videos rede ich nichts davon, dass ich 1000 Abonnenten hab, das, das tut mir leid, denn ich produziere natürlich vor, ich versuche, ich versuche ja immer so wöchentlich mindestens, mindestens zwei Videos zu, zu bringen und da muss ich halt vorproduzieren, also in den nächsten Videos gibt es keine Euphorie über 1000, aber wirklich, danke, wirklich, danke, wow, danke, also es ist eine coole Sache, richtig cool, dafür danke, und ich will jetzt das Video beenden, ich red da nur, ich hab schon, ich will nicht wissen, wie oft Danki hier drin ist, dankeschön, Leute, Leute, danke, danke, ich, gut, ne, gutes Video, brauchen guten Abschluss, das war's mit meinem Video, uninformativ as fuck, but all euphoric as fuck, dankeschön, Leute, dankeschön, zum 1000er-Special-Dakout-Nor was, dankeschön, und damit tschüss, tschüss. und damit tschüss, tschüss, tschüss.